Hi, ich bin's, der Darathon. Und heute möchte ich euch ein ganz besonderes Spiel zeigen, an dem ich euch zwei Sachen gerne ansprechen würde. Erstens gibt es Informationen zu einem momentanen Projekt und zweitens das Gewinnspiel, das wir schon länger... Oh, warte, 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 noch kein Grund zum Jubel. Zuerst, Informationen. Einige kennen von euch sicherlich mal ein Projekt 4, das ich immer wieder gespielt habe. Nun ja, das ist leider gecancelt. Warum? Sagen wir es so, viel zu wenig Horror und leider viel zu viel Shooter. Und alles im Anderen muss ich sagen, ich war leider von diesem Spiel... Nun ja, auf jeden Fall habe ich dafür genug Zeit für andere Sachen, die werdet ihr aber dann auch sehen. Gut, da wir die Information fertig haben, können wir jetzt zum Gewinnspiel kommen. Ja, okay, jetzt ist der Zeitpunkt, wo ihr anfangen könnt zu jubeln. Okay, das reicht. Gut, kommen wir zum Gewinnspiel. Äh, jetzt eigentlich. Okay. Was könnt ihr gewinnen? Ganz einfach. Ich verlose dreimal das Spiel XCOM The Bureau. XCOM ist ein Nachfolger vom Enemy Unknown und ist ein Computerspiel von den Entwicklern wie Raxxys Games und wurde vom Publisher 2K Games 2012 gebracht. Was müsst ihr dafür machen? Das ist eigentlich ganz, ganz einfach. Ich verlose nämlich dreimal jeweils ein Spiel davon, wie ihr seht, für diese Plattform. Was? So, jetzt aber. Was müsst ihr dafür machen? Das ist im Grunde genommen wesentlich einfach. Wer meine Sachen guckt, kann das sagen. Ihr müsst drei Fragen beantworten. Das ist alles. Die Fragen sind, welchen Spitznamen gebe ich Finn in Child of Light? Ihr wisst, Finn ist der kleine Zauberer-Kollege, den ich immer mit mir rumschleppe. Wer das weiß, also wer das guckt, wird das wissen. Zweitens, wie heißt mein treuer Stein-Kumpane in Rust? Bei dem Let's Play Together habe ich immer meinen Freund dabei, dem habe ich einen Spitznamen gegeben. Und das war's. Und die dritte Frage, für welches System wollt ihr es haben? Easy, oder? Im Grunde genommen, nochmal zusammengefasst, Frage 1, Frage 2, Frage 3 und gewinnen. So, wie ihr mir antworten könnt, ihr könnt mir ganz einfach antworten, indem ihr mir auf YouTube eine PM schreibt oder bei Facebook auch ebenfalls eine PM schreibt. Ist im Grunde genommen ziemlich egal. Beantwortet mir die drei folgenden Fragen, schickt sie mir zu, ich ziehe die Gewinner und dann werde ich die Gewinner anschreiben mit allem Möglichen, was sie wissen müssen. Am Ende möchte ich mich noch bedanken für die 50 Abonnenten für die Zeit. Es ist noch nicht wirklich lange und 50 Abonnenten ist auch eigentlich nicht so viel, aber für mich ist das schon ein kleiner Schritt, der das eigentlich nur gemacht hat, um hier ein bisschen Spaß zu haben. Und nehmt teil, ich hoffe wir sehen uns wieder und in dem Sinne, habe die Ehre.